Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trains im Weltreide, denn ich spiele das. Heute werden wir ein weiteres Szenario fahren aus dem Creators Club. Und zwar fahren wir heute auf der Strecke Gemünden nach Schaffenburg und fahren werden wir den Steuerwagen 766.2 von der Deutschen Bahn. Und ich würde sagen, wir beginnen und zwar damit, dass wir unseren Zug aufrüsten. So, dann werden wir die Türen öffnen. Zuglichte einschalten. Die Spitzensignale einstellen. Das braucht man nicht. Das lassen wir. Genau, dann müssen wir hier noch den Bremsschlüssel. Genau. AFB hat der nicht. Aber wir brauchen noch die Zug-Sicherungssysteme. Zack. Zack. Genau. Und dann wären wir eigentlich soweit. Dann müssen wir natürlich noch die Spitzensignale sind auf weiß. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gucken wir uns draußen um und sehen, dass wir soweit alles eingestellt haben. Türen sind geöffnet. Hinten dran. Natürlich 146 in einem ganz neuen Gewand und zwar Bahnland Bayern. Zeit für dich. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an unsere Abfahrt. Wir können die Türen verriegeln. Und, äh, schauen uns das einfach mal von dieser Perspektive an. Lösen die Bremse und, äh, dann können wir auch schon aufschalten. 10 Kilometer bis zum ersten Stopp. Lauf wach. Auf geht's. Oh, wir haben noch Rot. Ei, 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 ei. Wir haben ja noch Rot, aber warum? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Warten wir? Können wir denn so schon was erkennen? Ne. Doch, da kommt, ihr seht's, eine Diesel-Lok an. Hier hat ein RE im Schlepptau. Wahrscheinlich, äh, defekt die Lok. Und, äh, wird hier gerade abgeschleppt in den Bahnhof rein. Und das wird der Grund sein, warum wir Rot haben. Rägt ja schon direkt gut an, das Szenario. Und deswegen muss wahrscheinlich auch der Güterzug warten. so, dann dürften wir eigentlich gleich Grün bekommen, hoffe ich. Noch dürfen wir nicht. Aber, wir können jetzt da schon mal so ein bisschen in die Richtung begeben, würde ich sagen. So, Kollegen, wie sieht's aus? Haben wir freie Fahrt? Oder, da sieht's so aus, als ob da noch was ankommt. Ja, da kommt noch ein, da fährt noch ein ICE. Deswegen. Wir fährt auf unserem Fahrweg, also wenn wir hier lang fahren, da fährt er natürlich auf unserem Fahrweg und, äh, wir können dann natürlich nicht weiterfahren, logisch. So, wir haben Grün. Das heißt, wir lösen die Bremse. Und, äh, schalten langsam auf. Schauen wir, was ist denn jetzt los hier? Warum macht die Bremse sich selbstständig, so? So, quittieren natürlich. So, um Vs40. Dann wollen wir das natürlich auch einhalten. So, dann aufschalten. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. So, steigen wir wieder in unsere Kabine. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. So, 5,7 Kilometer noch bis Loughach. den ersten Halt. Wir sollten bremsen. So, jetzt hätten wir soweit. Ein bisschen weiter runter gehen, schon langsam bei 120. Dann runter auf 85. So, das haben wir auch. Wir können das befreien. So, dann haben wir gleich ein rotes Signal, warum auch immer. Rechts ist wieder grün. So. So, 2,6 Kilometer noch. Haben wir das auch geschafft? Ich glaube, wir haben die Fernlichtern. Das machen wir ja nun. So. 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 Oh Gott. Ich dachte, wir hatten jetzt hier einen Gleiswechsel, aber okay. Da fahren wir schon in unseren ersten Bahnhof ein. Sehr schön. Hier sind die Türen. Gehen wir mal nach draußen und sehen, dass wir immer noch unsere Fernlichter anhaben. Wir können uns befreien. Dann ändern wir das mal hier. So. Jetzt sieht es besser aus. Lauffach. DB Regio. Wunderschön. So, der Ausfahrt. Ja, auch in wenigen Minuten, Sekunden sogar. Ich weiß, wir öffnen die, wir schließen die Bremse bzw. lösen die Bremse. So wollte ich sagen. Und schalten langsam auf. So. 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 gleich E110. So. 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 ein bisschen halten. So. so langsam werden. So langsam werden. Ansonsten brauchen wir hier nicht viel zu machen. so. 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 so langsam sind wir vier Kilometer in heigenbrücken! Vielen Dank. Vielen Dank. So, gehen wir mal wieder rein, weil nicht das vielleicht irgendwo ein külptierpflichtiges Signal kommt. Ich bekomme das nicht mit und ihr wisst ja, was dann passiert. So, 100, da sind wir ja. So, bremsen, E70. So, da sind wir ja nicht. So, da vorne ist 70. Oh, rot. Ein rotes Einfahrsignal, beziehungsweise ein rotes Signal am Eingang des Bahnhofs, oder kurz vor dem Bahnhof. So, bleiben wir mal unter 24. Gucken, was gleich passiert. Obligatorische und das haben wir auch erreicht. Müsste jetzt gleich unmittelbar kommen. Denken wir so am Ausgang des Tunnels. Wisst ihr, wenn ihr mal... Da ist es. Irgendgeschmeidig stehen bleiben. Schauen, was passiert. Warum wir überhaupt halten müssen. So. Da steht ein Güterzug, wer mich nicht alles täuscht, oder? Was sagt ihr? Da steht tatsächlich ein Güterzug. Auf meinem Fahrweg. Ihr seht's. Deswegen haben wir rot. Versteht sich von selber. Aber warum steht er da? Machen wir mal einen Ausflug dahin, oder? Mal, was da los ist. Warum der Kollege da steht. Ist ja ein Gleisstau, oder was ist hier los? So, da steht noch ein Güterzug. Steht natürlich genau da, wo wir... Wir müssen hier, aber wir kommen da nicht hin, weil er hier mitten auf unserem Fahrweg steht. Also wir könnten... Wir kommen hier nicht dran vorbei. Er steht hier, und hier ist die Weiche erst, wo wir da praktisch auf unser Gleis fahren. Das ist das Problem. Aber warum? Das ist, äh... Ich frage alle Fragen. Ich hoffe ja nicht, dass es jetzt ein Bug ist. Das wäre jetzt blöd, weil, äh... Das ist ein ganzes Szenario kaputt. So, der fährt weiter. Das ist der Falsche. Der bringt uns erstmal gar nichts. So, was ist mit dir jetzt hier? Hast du Lust, weiterzufahren? Das wäre echt schön, weil, äh... Ja. Du stehst hier ein bisschen doof. Du hast gelb. Also fahren dürftest du. Du hast dann das nächste Signal rot zu erwarten, aber... Oder halt zu erwarten. Aber du könntest eine ganze Ecke vorziehen. Zumindest so, dass ich auf mein Gleis komme. Könntest du das bitte tun? Ist wieder keiner drin. Hat das was zu sagen? Ach, Mensch. Was ist mit dir, Kollege? Du bist aber sicher schon dran vorbei. Äh, du bist schon weg, ja. Aber er hier hat irgendwie keine Lust. Warum auch immer. Ich hoffe ja nicht, dass das ein Bug ist. Das wäre jetzt blöd. Ich würde sagen, warten wir noch ein paar Minuten. Schauen, was dann passiert. Also du stehst hier ziemlich blöd. Muss ich dir echt sagen. Ich habe keine Chance hier irgendwie mit den Zweichen da auf das andere Gleis zu kommen, oder? Hier? Nee. Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte... Nee. Das führt mich alles dahin. Ich könnte hier fahren. Hier? Aber dann käme ich auch nicht auf mein Gleis. Nee, bringt mir nichts. Mein Gleis ist ja direkt da. Neben dem praktisch. Da ist ja mein Gleis. Mein Einfahrgleis. Wenn ich hier fahre, komme ich ganz woanders hin. Bringt mir alles nichts. Ich komme nicht voran. Solange der nicht fährt, habe ich kein Vorkommen. Das ist halt mein Problem. Kann ich euch auch beweisen. Ihr seht's. Also solange der vorne da nicht fährt, habe ich leider rot. Tja. Können wir nur beten, dass der jetzt gleich irgendwann weiterfährt. Oder ob das ein Bug ist. Weiß es nicht. Wie gesagt, das Szenario ist aus dem Creators Club. Also ein Bug wäre nicht ausgeschlossen. Vielleicht der Kollege nicht ganz aufgepasst hat hier. Das kann natürlich alles sein. Ja, die stehen da, begucken sich den Güterzug. Was sollen sie auch machen, ne? Da kommen wir ja nicht ran. Die warten und warten. Auf meinem RE. Aber ja, ich habe leider einen Stau hier. Komm, fahr weiter, Kollege. Wir essen zeitig. Sonst setze ich mich gleich selber rein und fahr weiter. Ich muss doch nur ein Stück vorziehen. Ach Mensch, da ist bestimmt ein Bug. Ist der immer noch gelb? Ja. 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 Nee, nee, nee. So, ich könnte jetzt mal speichern. Dann aufs Hauptmenü. Das Spiel nochmal starten. Vielleicht ist es da. Könnte ja sein, dass das ein Bug ist. Ist ja alles nicht ausgeschlossen, ne? Aber, äh. Ich weiß nicht. Abwarten. So, sind wir wieder hier. Besteht hier immer noch. Vielleicht macht er sich jetzt auf den Weg. Sieht aber nicht danach aus. Immer noch gelb da hinten. Also es hat sich... Deswegen fährt er vielleicht nicht, weil er... Vielleicht wegen ihm. Das kann natürlich sein, dass er hier... Das könnte natürlich sein, dass er jetzt weiterfährt. Aber warum haben wir jetzt 16 Uhr und nicht 16 Uhr... Wir hatten doch für ihn 16 Uhr 21. 21. Jetzt ist alles zu spät. Was ist das schon wieder für ein Szenario? Ah. Ich weiß nicht. Was geht hier bloß ab? So, wie sieht es mit seiner Signalisierung aus? Gut. Dann bin ich immer noch gelb. So. Gucken wir mal hier auf die Karte. So, hier steht der Güterzug. Hier stehe ich. Hier steht der Güterzug. Hier ist die S-Bahn, die hier gerade reingefahren ist. Oder der... Hier ist die Signalbahn. So, ihr seht es ja, ne? Wie er hier steht. Tja, bescheiden. So. Warum fährt er nicht? Ist da noch irgendwas im Weg, was den blockiert? Oder... Ne. Das ist völlig freie Strecke. Warum fährt er nicht? Das ist schon der Nächste halt wahrscheinlich. Ich gebe es nicht. Also ich würde sagen, das Szenario ist an dieser Stelle zu Ende. Beleid es mir tut, aber ihr seht es ja selber. Er fährt nicht weiter. Kommt von hinten noch was? Dann haben wir nämlich gleich richtig Schaum. Ne. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ne. Hier ist auch alles frei. Also... Es scheitert leider an diesem Zug. Ich hätte es gerne weiter gespielt, aber ihr seht es ja selber. Es hat ja keinen Sinn. Ich komme nicht... Sobald ich mir das rote Signal fast zu Ende. Und er blockiert ja alles, was geht. Tja. Fällt und fällt nicht weiter. Das bringt ja nichts. Ich kann noch ein Stück vorziehen, aber... Äh... Manchmal registrieren die das ja auch nicht, dass man da ist. Man einfach irgendwie ein bisschen weiter davon weg ist. Sobald man näher an das rote Signal ranfährt... dann plötzlich setzen sie sich in Bewegung. Aber... Scheint, das hat auch nicht geholfen, oder? Oder? Ne. Wird er wie festgebombt. Ja. Ich muss dieses Szenario leider an dieser Stelle beenden. Es tut mir leid. Wir können ja... jetzt mal was ganz Verrücktes machen. Äh... Ich weiß nicht, ob das geht. Ob das überhaupt erlaubt ist. Es ist nicht erlaubt. Das mit Sicherheit nicht. Ähm... Ich stelle das hier mal soweit ab. Dann... Ich versuche jetzt mal, was ganz Verrücktes. Es ist ein Simulator. Und daher macht das bitte nicht nach. Es ist einfach nur ein Simulator, da ist alles erlaubt. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Vielleicht kann ich das Szenario ja noch retten. Ich weiß es nicht. Aber, äh... Ich versuche es. Der hat ja kein rotes Signal vor sich. Zumindest nicht in unmittelbarer Nähe. Vielleicht kann ich ja den Zug vorfahren. Dazu müsste ich aber die Erlaubnis haben, den Zug überhaupt zu steuern. Sonst geht es nicht. Also... Drückt mir die Daumen, dass ich den Zug bewegen kann. Dann fahre ich den vor. Vielleicht geht dann das Signal auf grün und ich kann einfahren. Vielleicht kann ich so das Szenario retten. Ich weiß es nicht. Aber Versuch macht klug. Möglich ist alles. Im Simulator ist zumindest alles möglich. Weil der steht mir einfach total im Weg. Das ist nämlich der Scheiß. Nein, will ich nicht. Und damit hat es sich leider erledigt. Denn wenn ich den hier steuere, muss ich den anderen Zugdienst aufgeben. Lass mich doch raus hier. Und das wollen wir ja nicht. So, damit hat sich das Ganze erledigt. Schade. Es war ein Versuch. Es ist leider gescheitert. Damit endet dieses Szenario hier an dieser Stelle. Kurz vor Heigenbrücken. Es war eine kurze Reise. Es tut mir leid. Aber ihr seht selber, es ist ein Bug wahrscheinlich. Dass dieser Zug hier nicht weiterfährt. Warum auch immer. Die Zeit ist auch wieder komplett anders. Komisch, wenn man speichert und dann... Das wieder startet, dann verschiebt sich irgendwie alles. Es ist wieder ein komplettes Geister-Szenario. Naja. Schade. Es hat Spaß gemacht bis hierhin. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Es war wieder mal ein Curioso. In TSW 3. Ja. Man kann es nicht ändern. Man kann sich nur wundern. Es ist ein Szenario aus dem Creators Klapp. Mehr brauche ich dazu glaube ich nicht sagen. Da passieren solche Dinge halt leider normal. Mehr kann man dazu nicht sagen. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. So. Wir wollen mal nach vorne informieren. Die Fahrgäste, dass unsere Fahrt hier zu Ende ist. Und auf erschienen Ersatzverkehr gewartet werden muss. Meine lieben, verehrten Fahrgäste. Aufgrund eines defektsamen und an einem vor uns stehenden Güterzugs geht unsere Reise hier leider nicht weiter. Da der Güterzug unser Einfahrgleich besetzt. Sie werden auf den Schienenersatzverkehr warten müssen, der bereits auf dem Weg hierher ist. Wir bitten um Ihr Verständnis. Es geht leider nicht weiter. Wir bitten Sie ruhig zu bleiben, in dem Zug sitzen zu bleiben, bis der Schienenersatzverkehr hier ist. Beziehungsweise ein Ersatzzug, der hier angefordert wurde und sich auf dem Nebengleis platzieren. Dort können Sie dann umsteigen und wieder zurückfahren. Beziehungsweise auf dem Gegengleis wird dann weitergefahren in die Richtung, in der Sie wollen, nach Gmünden. Dies wird leider einige Zeit in Anspruch nehmen. Dieser Zug endet hier an diesem Halt kurz vor Heigenbrücken. Es geht leider nicht weiter. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Bitte bleiben Sie ruhig. Wir melden uns, sobald der Ersatzzug hier neben uns gehalten hat. Bitte bleiben Sie bis dahin auf Ihren Sitzen sitzen und vor allem im Zug. Im Namen der Deutschen Bahn bitte ich dies zu entschuldigen. Ja, das war das. Wie gesagt, ich hoffe es hat euch gefallen bis hierher. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich werde den Zug hier verlassen. Ich als Mitarbeiter darf das. Ich werde aber auf Feuer den Zug abrüsten. Zumindest den Stromabnehmer senken. Das ist, glaube ich, sicherer. So, wir nehmen hier noch den Bremsschlüssel aus. Wir werden dann, wie gesagt, den Stromabnehmer senken. Den Hauptschalter ausmachen. Das werden wir ausmachen. Genau, dann haben wir das soweit. Machen wir die Lichter aus. Ne, die lassen wir an. Wir haben noch Fahrgäste, genau. Spitzensignale. Lassen wir an. Das machen wir auf aus. Das machen wir auf aus. So, dann gehen wir raus hier. Wie gesagt, die Fahrt ist zu Ende. Und ich werde jetzt rausgehen als Zugführer, Lokführer. Und werde auf den Ersatzzug warten. Den dann instruieren, bis hier vonstatten geht. Und für mich endet diese Fahrt hier in diesem, kurz vor diesem Bahnhof in Heigenbrücken. Für euch leider auch. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, späten Nachmittag, abends schon fast. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao. Servus. Und tschüss.